Morgen Leute So Zuletzt haben wir Die Pilze für Daisy Da gebracht Und jetzt sollen wir zur Medusa gehen und das werden wir jetzt auch mal Knallhart durchziehen Wir gehen jetzt einfach mal Gucken Ist hier noch irgendwie so ein Gleiter haben wir hier leider nicht mehr Ist ein bisschen scheiße Wir sollen nach da hinten irgendwo Und dann werde ich jetzt hier einfach mal so runterrennen Ja da haben wir unsere wunderschöne AK Und dann Rutschen wir hier mal so ein bisschen den Berg runter Hier spielen wir mal ein bisschen aus Okay hier scheint noch nichts zu sein Noch nicht Wir wollen mal hoffen dass es auch so bleibt Ups Irgendwie kann man sich doch auch heilen oder nicht Also irgendwie da mit dem Finger einrenken und so ein Scheiß So war es bei Farquaad 2 Ähm Haben wir hier noch was Feines Weil Erkunden ist in diesem Spiel wirklich übelst geil Äh Hier scheint nicht zu sein Ich hab auch schon eine Taschenlampe gekriegt aber ich kann die anscheinend nicht benutzen oder so Ich weiß nicht was das ist Ist doch schon so ein ziemlich unnützes Ding dann Oh hier ist ein Jetski, das nehmen wir dann mal gleich Und dann gucken wir gleich so ein bisschen durch die Gegend Oh da sind Ja ich hab grad so League of Legends hatte ich grad so im Kopf war sein wollte ich grad sagen Oh wir haben uns gesehen Oh wenn man, wenn man nicht mal ne äh sekundär lasst Und wir haben ne Granate gekriegt Oh da wird die gleiche ne Verfolgungsjagd eskalieren Ich seh das schon Wir sind in einer halben Minute da Wir kommen von Norden Nur tut meinem Finger irgendwie weh Mein Finger tut grad übelst weh ey das ist richtig eklig Wie geht so komisch Ey das ist grad richtig eklig Ey was ist das ey Einen Edelstein haben wir gekriegt Sorry dass ich hier grad eben so ein bisschen rumgarstatt Mir tut irgendwie grad voll mein Finger weh Das piekt irgendwie so komisch Ich weiß nicht was das ist Fühlt sich auf jeden Fall nicht so gesund an Wo hier war ich anscheinend schon mal Ach ja hier das weiße Auto da kann ich mich noch gut dran erinnern als ich hier mit dem Dings runter gebrettet bin Ups Oh hier ein Steinschmerb ab zu Kahlgras würde ich sagen Ich hab grad schon mit der Hand raus rumgegurkt Oh da war ein Quad Das sah auch nicht schlecht aus Einmal wieder so eine Base durchgurken Einmal wieder so eine Base durchgurken Später dann mach ich das jetzt mal ein bisschen Hauptstory kloppen Wir sind in einer halben Minute da Ich glaub wir sind da Ne So Ihr musst es vor Piraten nur so wimmeln Ich such mir einen Aussichtspunkt Lebt ihr da noch? Anscheinend nicht Okay So Der hat einen Takedown gefressen mal Bora wo Fans wurde Taf W Okay, wir haben jetzt gerade einen Schlüssel gekriegt, ich glaube... Oh man, ja wieso kann ich das Spiel nicht einfach so fertig machen, ey, das ist doch dumm. Ich dachte jetzt noch mal einen Gurken, Alter. Und so sollen wir dann... Da zu den Aussichtspunkten? Ne, das ist ein bisschen weit weg. Also, wir sollen lautlos töten. Das ist ein bisschen weit weg. 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 Das ist schon ein bisschen scheiße. Das ist ganz schön schwer. Das ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen weit weg. Doch nicht. Das ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen weit weg. Ich hoffe mal, hier sind jetzt nicht ganz so viele Leute drauf. Was war das? Ach du Scheiße! Es ist klaar, man. Mal fix. einen größeren Beuterrucksack herzustellen eigentlich wäre das mal gar nicht mal so schlecht nee, warte mal können wir noch nicht, schade eigentlich gehen wir mal fix weiter die 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 Ich schmeiße da mal einen Stein hin. Oh, das ist noch einer. Fuck. Fuckin' du Heusti, Alter. Tiersfister, ey. Das geht jetzt gar nicht. Na. So, bevor ich jetzt hier durchsuche. Und ich hab, als ich eben... Ich hab noch mal kurz, äh... mein Ding ins Kirchenzammel, meinen Beutel leer gemacht. Ich hab den ganzen Schund rausgeschmissen. Jetzt zum Funkgerät. So. Jetzt kommen wir da hoch. Und uns mal fix, ähm... Schade, das geht nicht. So auch immer. Ist ja richtig sexy hier. Was? Nimmt er Pressner-Videos in der PC auf? Er will löse Geld? Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey! Nicht über Funk! Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner! Hier Sehne! Wir sind am nächsten dran! Scheiße! Komm hierher! Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Okay, jetzt können wir ein bisschen ballern. Boah, ich komme mit dem Aim überhaupt noch nicht klar, Alter. Alter! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich habe ne Idee, wie ich hier wegkomme. Irgendwie kommt noch Ammo, Alter. Oh, komm, fuck! Alter! Dieses Mal kriege ich dich da schwer! Okay, das sieht wirklich ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Das ist auch bloß ein Spiel. Poker-Ship. Jetzt haben wir hier echt alle legen, ey. Geile Mucke auf jeden Fall, muss ich immer so sagen. Komm, Alter, dich messer ich. Ich hab da was gehört! Hey, Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen das... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Regen. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe! Naja... Naja... Das sieht nicht so... Das Einschussloch geht ja noch, aber das sieht nicht mehr so gut aus. Egal. Egal. Einmal so eine Spritze rein und dann geht halt wieder... Sind wir hier fix auf dem Trip und gucken hier nochmal... Hier war noch eine Kiste. Da. So, und ich werde jetzt demnächst mit dem Boot hier... Mich verpissen. Von der Medusa. Und damit geht's dann auch im nächsten Teil weiter. Also, seid schon mal gespannt und haut rein, Leute!